Ich komme gerade aus einem Seminar und dort ging es um das Thema, wie denkst du eigentlich? Was denkst du dir? Und da ging es darum von wegen, wie kann ich in Konflikten einfach mal anders denken? Und ob du das in Konflikten machst oder in anderen Bereichen, lass uns einfach mal drauf schauen, was wir da gemacht haben. Vielleicht kennst du das. Es gibt Menschen, die zermartern sich den Kopf immer mit dem, warum habe ich nicht, warum bin ich, warum ist das so? Und das, das macht Menschen kaputt. Denn wenn du dich immer nur zermarterst, wenn du nur in der Analyse bist, das bringt dich nicht weiter. Du bist und du siehst es in der Vergangenheit. Du bist absolut im Thema Opfer oder Modus heißt es, Modus Opfer. Du bist im Problem, du wühlst nochmal in der Scheiße. Ich sage es mal so ganz offen. Und du bist nur in der Rechtfertigung. Denn nochmal, wichtig ist für uns, analysieren müssen wir. Die Analyse ist wichtig. Aber dann bitte, geh doch in die Lösung rein. Bitte such doch eine Lösung, indem du dich fragst, wie kann ich das eigentlich besser machen? Wie kann ich das Thema demnächst besser angehen? Wie kann ich mit der Person besser? Was auch immer. Und dann wirst du merken, hey, ich bin in der Zukunft. Und statt Opfer bin ich Akteur. Ich handle. Ich nehme die Dinge in die Hand. Und du erreichst Folgendes. Du kommst in die Lösung. Weil, achte mal drauf, wenn du um wie denkst, bist du sofort in der Lösung. Und natürlich hast du Ideen. Und ich bringe dir ein Beispiel. Wir waren in einer Firma und diese Firma hatte zwei Teams gehabt. Diese beiden Teams haben, ich sage mal, suboptimal miteinander gearbeitet. Und diese Teams haben einfach nicht gut miteinander gearbeitet. Und wenn die zusammengekommen sind, dann ging es nur darum, ja, sag mal, warum habt ihr nicht dies? Warum habt ihr uns nicht informiert? Warum habt ihr? So ging das nur. Die waren nur hier drüben. Und das habe ich mir, ja, weiß nicht. Ich habe mir das mal so 10 Minuten, 15 Minuten angehört. Und dann habe ich gesagt, okay, super. Sagen Sie mal, ich habe gehört, das und das und das ist nicht so optimal gelaufen. Wie stellen Sie sich das denn vor? Und dann kam, naja, wir hätten gern dies, das, 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 das. Okay, super. Wie stellen Sie sich das vor? Ja, wir hätten gern dies, das, das, das. Super. Und wie könnte das dann so zusammenkommen? Na ja, wir könnten ja, wenn ihr, ja, plötzlich war nur noch hier der Gedanken. Ey, das war unfassbar. Aus dem, ich klage an, ich werfe dir Dinge an den Kopf, ich mache dich fertig, wurde plötzlich, ich habe Ideen. Ich suche die Lösung. Ich will den Weg zu dir finden. Und das fand ich toll. Das fand ich klasse, weil einfach für mich der Weg ganz klar war, hey, super. Die haben ihren Weg gefunden, indem sie hier rübergekommen sind. Und das waren ungefähr 10, 15 Minuten. Ich behaupte, wir haben danach eine Stunde an der Lösung gearbeitet. Wie genau kann es aussehen? Was muss man beachten? Wer muss noch mit einbezogen werden? Und so weiter. Und das ist das Spannende. Wie denkst du? Einmal innerlich, aber wie denkst du auch, wenn du mit anderen redest? Deswegen meine Bitte an dich, wenn du merkst, ich zermater mir den Kopf, ich bin im Warum, komm rüber ins Wie und es wird dir besser gehen. Wenn du sagst, naja, aber das mit der Firma war ja ganz cool und Gespräche ist ein Thema. Komm, hier unten drunter ist ein Kurs, Gespräche sicher und souverän meistern. Und diesen Online-Kurs, der bringt dir so viel, ist unfassbar kleines Geld, Riesenwirkung. Haben schon einige gebucht. Ich glaube sogar schon 100 oder so. Also es ist eine ganze Menge, die das gebucht haben. Du hast echt für kleines Geld eine große Wirkung. Und wenn du der Meinung bist, der Kanal hilft dir, freue ich mich, wenn du abonnierst, damit du einfach immer kommunikativ weiterkommst. Denn Kommunikation ist im Leben alles. Ich wünsche dir jetzt einen schönen Tag, viel Erfolg und ich freue mich, dich demnächst wieder begrüßen zu können. Bis dann.